Es wird Zeit mit Leckereien mit Zat-Zack. Kommt zu mir! Wir machen heute leckeres Essen und zwar in meinem Kebab. Sehr schnell. Leckere Brötchen, leckeres Salat. Wir machen heute alles zu, wie dazu. Wir machen heute leckeres Essen. Das Beste ist noch ganz mit bei der Stämmerzeit mit Zat-Zack. Bonjour und willkommen zu einer weiteren köstlichen Ausgabe von Schlau-Zeit mit Zat-Zack. Heute machen wir wieder einen köstlichen Schneck. Was macht ihr? Machst du Hot-Dots? Machst du Hot-Dots? Machst du Hot-Dots? Fast. Ich mache Banana-Dots. Und du klaust sie doch wieder. Ich weiß, ich weiß. Nein, ich klaue keine Schnau-Zeit mehr. Verarsprochen. Das wollte ich nur sagen. Servus. Oh mein Gott. Das ist wahr. Er klaut keine Schnau-Zeit mehr. Ich bin froh. Ich bin frei, frei, frei. Aber wenn er wieder klaut, dann passiert etwas. So, hier. Banana-Dots. Alles was wir brauchen sind Brötchen, Erdmus, Butter und Barmelade und nicht zu vergessen eine Banane, was auch unsere Hauptzutat ist. Ihr seht Dom. Dom! Du wehlen, kloßt mein Netz. Nein, ich sitze mich hier nur herum und lese mein Buch. Ach egal, vergiss den einfach. Was ist denn das schon? Aber zuerst warten wir unsere Hände. Die Hände müssen erst sauber sein. Dann tun wir uns um die Klecker rein. So, jetzt schneiden wir die Brötchen aus und tun wir auf einen Teller. Ungefähr so. Jetzt schneiden wir die Banane. Schneiden, schneiden, schneiden. Jetzt tun wir sie rauf. Jetzt schneiden wir sie mit Marmelade und Erdnuss-Butter. Dom, seh ihn mal an. Wer klaut mir das denn jetzt? Dann bringe ich ihn um. Aber was ist denn schon? Ich muss auf meine Schnäts konzentrieren. Du hast recht, Sue. Ich esse es hier nicht. Okay. So, jetzt tun wir ihn hier drauf. Zack. Und jetzt noch die Marmelade. Zack. Dom, klaut mir meine Schnäts. Ich sehe es nicht. Na gut. Ach, was soll's. So, das war's dann. Erst wenn die Brötchen geschmissen, dann schneiden und streichen. Schneiden, streichen, Dom, bitte. Schneiden, streichen, Dom, bitte. Schneiden, streichen, Dom, bitte. Was ist denn? Ich muss doch gerade lesen. Dom, du musst meine Schnäts klauen, sonst bin ich in Falle. Bitte. Ich tue alles. Na gut, ich klau ihn doch mal. Hier, zack. Och, Dante. Du hast mein Leben gerettet. Das war's damit, schnell mal zu halten mit. Zack, zack. Wir sehen uns später und züss. Das war meine Hälfte, du silly cat.